Du kannst gerne mal so im Hintergrund stehen, also damit man sieht, dass du da bist. So, Derek, what are you going to do? Ich versuche hier irgendwie Hogs zu fetteln. Ja, meinst du, dass du das schaffst? Mal schauen. Mal schauen. Come on. Yes, so einfach. Was ist das Schwierigste da dran an diesem Klettern? Der Schmerz. Der Fokus, um zu konzentrieren, um ihren Griff zu halten ohne den Gleichgewicht zu verlieren. Wenn dein Fuß 1 cm abrutscht, dann kannst du alles vergessen. Natürlich kann das Tor aufgehen, wenn du ein bisschen Gleichgewicht verlierst. Mein Problem ist auch, dass du nicht siehst, wo du hintrittst, weil die Tritte so klein sind. Du konntest also nur erahnen und per Gefühl treten. Du kannst es ja nicht wirklich sehen. Ich habe eben gesehen, du hast noch ein bisschen daneben getreten und hast es trotzdem auch festgehalten. Das war schon sehr hart. Ja, den Tritt, den Finger, alles. Wie viel Meter meinst du, kannst du schaffen? Schaffst du auf jeden Fall 5 Meter? Ja. Okay. Sie sind natürlich트� shopern. Das ist schön. Vielleicht können Sie es auch sehen. steam shopern.